Mein Name ist Kalmar. Mein Name ist Spengler. Martin Kalmar. Bruno Spengler. Und ich habe die Lizenz zum Siegen. Ich bin Champion. Martin, kannst du eigentlich Auto fahren? Ja, kann ich Auto fahren. Kannst du auch Golf spielen? Klar, kann ich Golf spielen. Dann fahr mal los oder doch? Let's go! Bruno, haben wir Streck nach Regeln? Klar, Martin! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mann, was ist denn das für ein Ding jetzt? Bye, bye! Verdammt, das kann doch gar nicht wahr sein, ey! DAAD 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 Was war das, Martin? Der Ampel! Ich hab gewonnen. Okay, dann lass uns mal Golf spielen und dann schauen wir mal. Das ist deiner, oder? Ja, das ist meine. Ja, genau. Tolle Golfbedingungen hier, super Wetter. Das sind ja kanadische Bedingungen. Ja, pass auf hier. Ja, das ist richtig gut. Jetzt zeig ich dir, wie das geht. Ja. 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 Ja, okay. 1-1 unentschieden. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir ein bisschen Schlitten. So Brunner, jetzt geht's drum. 1-1. Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ja. 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 Ja.